Was sind die Ursachen für Farbenglindheit bei Frauen? Farbenglindheit bei Frauen ist selten, vor allem, wenn man die durch genetische Mutationen, die häufigste Form der Beeinträchtigung des Sehvermögens, ererbte Farbenglindheit betrachtet. Nur wenige Frauen leiden an Farbschwäche, weil sie die gleichen genetisch vererbten Mutationen haben, die zu Farbenglindheit bei Männern führen. Stattdessen ist die Farbenglindheit bei Frauen die Folge von Augenverletzungen, erworben Krankheiten oder Nebenwirkungen von Medikamenten. Es gibt seltene Fälle von Farbenglindheit bei Frauen im Zusammenhang mit genetischen Mutationen, allerdings nur in einem winzigen Prozentsatz. Sehstörungen im Zusammenhang mit der Farbeküllung werden am häufigsten mit vererbten geschlechtsgebundenen genetischen Störungen in Verbindung gebracht, DH-Metstörungen, die mit Mutationen in den Geschlechtschronosomen X oder Y verbunden sind. Um die erbliche Vielfalt der Farbenglindheit zu haben, muss ein Individuum defekte X-Chromosomen von einem Elterteil erben. In Bezug auf die Farbenglindheit bei Frauen müssten beide Elternteile ähnlich defekte X-Chromosomen passieren, eine statistische Rarität. Genetische Anomalien und geschlechtsgebundene Störungen sind laut Statistiken, die aus zahlreichen Studien stammen, die typische Ursache für Farbenglindheit bei Männern, jedoch nicht unbedingt bei Frauen. Frauen, die farbenglind sind, haben viel häufiger Zustände, die Farbenglindheit verursachen. Basierend auf statistischen Daten und dokumentierten Fällen tritt Farbenglindheit bei Frauen typischerweise einige Zeit nach der Geburt auf. Verletzungen der Netzhaut, bestimmte Arten von Krankheiten und Nebenwirkungen von Medikamenten verursachen bei Frauen häufiger Farbenglindheit als erbliche genetische Störungen. Zum Beispiel wurden bestimmte Medikamente, die zur Behandlung der Rheumatoidin Arthritis eingesetzt werden, mit der erworbenen Farbenglindheit bei Männern und Frauen in Verbindung gebracht. Hydroxychloroquine ist ein solches Arthritis-Medikament mit einer bekannten Verbindung zur erworbenen Farbenglindheit. Ebenso können bestimmte Herzmedikamente wie die Goxin-Fabseh-Probleme verursachen, wenn zu viele Medikamente im System vorhanden sind oder wenn eine Überdosierung vorliegt. Bei Verdacht auf Medikamenten-Toxizität kann die Farbenglindheit vorübergehend sein, je nach Schweregrad und Eignung der Erstdiagnose und Behandlung. In ähnlicher Weise können Erkrankungen wie Glaukom und andere Erkrankungen des Auges bei Männern ebenso leicht zu Farbenglindheit führen. Makuladegeneration, Komplikationen durch Diabetes, Multiple Sklerose und Katarakte sowie verschiedene andere Erkrankungen können bei Frauen ebenfalls zu Farbenglindheit führen. Altern ist auch mit Problemen des Sehvermögens bei Männern und Frauen verbunden, die bei einigen älteren Patienten ungeachtet des Geschlechts zu Farbenglindheit führen können. Verletzungen und bestimmte Abhängigkeiten können auch zu Farbenglindheit bei Frauen führen. Unfälle, die zu Schäden am Auge oder in Bereichen des Gehirns führen, die mit dem Sehen zusammenhängen, können sich darauf auswirken, ob und wie Farben wahrgenommen werden. Tabakvergiftung und Alkoholismus wurden mit Sehstörungen in Verbindung gebracht, die zu Farbenglindheit und anderen Sehstörungen führen. Unterernährung und einige Essstörungen, die zu Unterernährung führen, können bei einigen Patienten zu Farbsichtproblemen führen. Ob die Farbenblindheit eines Patienten dauerhaft ist, hängt von der Ursache, der angemessenen Behandlung, wenn dies erforderlich ist, und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten schießen ab.